Noch ein Beispiel. Jetzt zeigen wir das allgemeine Halteproblem. Das allgemeine Halteproblem lautet nun, auch das formulieren wir wieder als Sprache. Das besteht jetzt aus einem Zweituppel. N steht für die Turing-Maschine, I ist die Eingabe für diese Turing-Maschine. N, also immer die Gürtelzahl der Turing-Maschine oder Gürtelnummer. Das ist die Sprache aller Zweituppel, sodass die Turing-Maschine N bei der Eingabe I anhält. Da ist die Aussage, das ist unentscheidbar und auch das überlegen wir uns. Wir reduzieren jetzt das eben zuvor als unentscheidbar nachgewiesene Problem auf dieses Problem und haben dann auch die unentscheidbare von dem allgemeinen Halteproblem gezeigt. So, wir gucken uns dazu an. Das ist der F die Funktion, die ein I nimmt und abbildet auf das Zweituppel I,0. Die ist offensichtlich berechenbar. Da schreiben wir nur sozusagen, stellen das etwas anders dar. So, und damit gilt, wenn I,0, Element von K,0 ist, das heißt, ist genau dann der Fall. Gucken wir uns das nochmal die Definition hier an. Was heißt das hier? N, I heißt Turing-Maschine mit der Zahl N hält bei Eingabe I. Jetzt dürfen Sie sich durcheinander kommen. Das I, was wir hier haben, ist jetzt gerade die Null hier. Und das N, was wir hier haben, ist das I hier. Das heißt, die Turing-Maschine T mit Gödel-Zahl ist gerade I hält bei Eingabe 0. Das ist nur die Aussage hier. Ja, und das ist aber gerade unser Nullhalteproblem. Das heißt, das ist genau dann der Fall, wenn I Element H0, das war unser Nullhalteproblem. Und auch hier wieder, wir haben sozusagen den Nachweis geführt, der berechenbaren Funktion, kommen von der einen Eingabe oder von der Gültigkeit hier der Zugehörigkeit zur Sprache durch so eine Genau-Dann-Wenn-Schlussfolgerung auf die Zugehörigkeit von dem I zu unserem Nullhalteproblem. Das heißt, damit ist der Beweis schon geführt. So, und weil wir H0 eben als unentscheidbar nachgewiesen haben, ist nun auch das allgemeine Halteproblem unentscheidbar. So, wenn Sie jetzt verschiedene Bücher zur theoretischen Informatik aufschlagen, gibt es ja noch eine ganze Reihe weiterer Probleme, die man als unentscheidbar charakterisieren kann. Ja, und da findet ganz häufig dieses Reduktionsprinzip Anwendung. Also das ist relativ mächtig. Der Beweis ist ja hier relativ einfach, weil wir halt sozusagen ein mächtiges Instrument, diese Reduktion mit einsetzen.